Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechungs-Samstag. Das ist dein Samstag hier auf dem Kanal der FF-Fotoschule. Samstags 14.30 gibt es hier den Bildbesprechungs-Samstag. Hashtag Bildbesprechungs-Samstag. Und dieses Format, das lebt davon, dass du da draußen mitmachst. Dass du das hier schaust, dass du Bilder einsendest, dass du dich beteiligst, dass du dafür sorgst, einfach, dass ich Spaß daran habe, das hier für euch zu machen. Und nach dem Intro erzähle ich dir so ein bisschen was, wie du das unter anderem tun kannst. Ach, du merkst an der folgenden Nummer ist ja jetzt nicht so, dass ich keinen Spaß daran hätte. Denn wenn ich keinen Spaß daran hätte, hätte ich allerdings aufgegeben. Das ist vollkommen klar. Und natürlich macht mir das Format Spaß auch aufgrund eures Feedbacks. Und das ist das Einfachste, was du tun kannst. Das Einfachste ist Feedback geben. In Form von Kommentaren, welches Foto hat dir besten gefallen, was wünschst du dir, wie stellst du dir den Bildbesprechungs-Samstag vor. Das ist so das Einfachste. Wenn du das Video teilst, kannst du unten den Teilen-Button nehmen oder einfach hier oben in der Browser-Zeit die URL rauskopieren und poste das bei Instagram in deiner Story oder bei WhatsApp in deinem Status oder bei Facebook oder du schickst es an deinen Newsletter, erwähnst es in deinem Podcast oder was auch immer, dann ist das noch schöner und motiviert mich noch mehr. Und natürlich am meisten motiviert mich, wenn ich euch persönlich treffe irgendwo. Egal, ob das in einer Gratis-Veranstaltung ist bei einem YouTube-Livestream oder bei einem virtuellen Fotostammtisch oder sowas oder eben auch bei irgendeinem Fotoworkshop, bei einem Webinar oder bei einer Fotoreise. Wenn du dann dabei bist und sagst, Frank, ich gucke deinen Bildbesprechungs-Samstag, dann macht mich das so richtig, richtig happy, weil das einfach ein richtig geiles Gefühl ist, euch in Persona und in Live zu treffen. Wir starten hier in die neue Runde mit einem Fuchs-Welpen-Foto von Bettina Stahlfeld. Bettina, Hut ab erstmal dafür. Ich glaube zwar, dass das natürlich keine Wildlife-Aufnahme ist, dass er ahne ich so ein bisschen an der Umgebung, in der dieser Fuchs fotografiert ist. Also das ist ja so ein klassischer abgelaufener Boden und dann ist hier so ein abgeranzter, ich weiß nicht, ob das Stein oder Holzfall, Holzfall wahrscheinlich im Vordergrund und so. Also das wird irgendwie unter kontrollierten Bedingungen sein. Macht nichts, sieht wirklich sehr schön aus. Könnte ein bisschen natürlicher aussehen mit einem grünen Hintergrund und so weiter, ist allen klar, aber sieht trotzdem sehr schön aus. Gestalterisch auch ganz okay. Die Farbkombination ist, manche werden vielleicht sagen, ideal, weil es so ein bisschen Ton in Ton ist. Ich fände natürlich sozusagen den Kontrast aus einem satten Grün oder irgend so etwas und dann diesen braunen Ton des Fuchses natürlich besser und wird auch nicht ganz so untergehen. Er ist aber sehr schön freigestellt, hier mit einer Blende von 7,1 und 500 Millimeter Brennweite an Kleinbild, wenn ich das hier richtig sehe. Das macht schon viel her. Das ganze Bild könnte ein bisschen spannender aufgeteilt sein. Also Fuchs auf das rechte Drittel, auf die rechte, senkrechte Drittlinie setzen, hätte dem Foto wirklich nochmal richtig gut getan, glaube ich. Andreas Korb, der hat am Staffelsee fotografiert und der Bildtitel ist Staffelsee ohne Kathedrale. Also neben der Tatsache, dass ich gar nicht wusste, dass es da eine Kathedrale gibt, muss man auch dazu sagen, ist ja offensichtlich, dass es ein Bild ohne Kathedrale ist. Also wo soll die auch im Bild sein? So, genug der Vorrede. Schönes Sonnenuntergang, wahrscheinlich Sonnenuntergangsbild. Ja, ein schönes Sonnenuntergangsbild, tippe ich mal. Ja, mit einer guten Spiegelung hier im Vordergrund, muss man auch sagen, auch dieser Stein mit dem Kreuz drauf ist gut angeordnet. Ja, ist auch von der Höhe gut platziert. Dann haben wir da diese leichten Flares, glaube ich, die dort oberhalb über dem Stein sind oder nach unten im Gras, erahne ich welche. Die sind gut. Der Himmel ist natürlich blau, nicht so knallig rausgearbeitet. Ist ja ein leichtes, ne? Jetzt zieht man da einen digitalen Verlaufsfilter rein und dann sagt ein Leiterum Himmel maskieren und dann dreht man den Blauton nach oben. Alles gut, dass es nicht so ist. Bei diesem starken Gegenlicht wirkt es immer so ein bisschen gräulich alles. Das ist hier toll, weil die restlichen Farben, also das Grün und so weiter, alles gut abgegrenzt sind und sehr schöne auch Farbtöne haben. Nach hinten hin werden die Hügelketten dann so ein bisschen bläulicher mehr im Dunst. Gefällt mir. Insgesamt muss ich sagen, ja, gefällt mir das ganz gut. Ein bisschen rauschig ist es vielleicht und ich weiß gar nicht ganz genau, woran das liegt, weil das ist hier mit einer Blinde von 16 fotografiert und ISO 100 an irgendeiner Leica. Mal ganz kurz gucken. An einer Leica. SL2 und trotzdem, wenn ich hier so ein bisschen reinzoome unten im Gras, habe ich doch sehr viel Krissel. Ich weiß nicht, ob du das sehr stark aufhellen musstest. Könnte sein. Genau, aber ansonsten, ja, eine schöne Sonnenuntergangslandschaftsaufnahme. Andreas Fassel war irgendwo in, naja, wahrscheinlich in einer Art Museum unterwegs. Nehme ich jetzt jedenfalls mal an. Genau, und hat dieses Bild mitgebracht von seiner alten Werkbank. Das gefällt mir auch ganz gut. Schwarz-Weiß-Umwandlung ist schön. Das ist hier schön parallel fotografiert. Hat ja auch jemand hingelegt. Also so ranzig das aussieht, so ungewöhnlich ist es, wie die Schraubenschlüssel da liegen in Reihe und Glied. Also da ist schon jemand dabei gewesen, der gesagt hat, Mensch, ich ordne das mal hier so an, dass das so richtig schön aufgeräumt aussieht. Hier ist auch Rauschen vorhanden. Das macht hier aber gar nichts, weil das hier natürlich zum Bild dazugehört. So ein bisschen analog sieht das fast aus, obwohl es das Ganze ja nicht ist. Dann haben wir dieses Fenster links, was mir ein bisschen zu modern wirkt und im Hintergrund diese Backsteinwand ist, die aber eigentlich aussieht, als wäre es eine Folie, die auf das Fenster geklebt ist. Das kann ich nicht ganz genau deuten, wie das ist. Unten die Kante der Werkbank läuft schön parallel zum Bildrand, nicht 100%. Man könnte auch hier sagen, der Horizont ist ein bisschen schief. Also ganz leicht ist es das, glaube ich, auch. Aber so einigermaßen passig ist das gerade noch und ist nicht ganz so schön wie bei einer Landschaftsaufnahme. Stattweise Umwandlung könnte vielleicht noch ein bisschen kontrastreicher sein. Das, was jetzt folgt, das ist knallharte Werbung. Knallharte Werbung für Fotoreisen, die mir selber ganz besonders am Herzen liegen. Und da gibt es ganz, ganz viele. Aber ich möchte dich heute auf eine hinweisen. Und zwar ist es meine Fotoreise nach Georgien. Im Prinzip müssen wir sagen, es ist meine Fotoreise nach Georgien. Wir machen ja zwei verschiedene jedes Jahr. Wir fahren einmal im Sommer nach Tuscheti. Das ist so eine Mischung aus ein bisschen Lost Place vorab. Dann ein bisschen was in Tiflis. So insbesondere Architektur in Tiflis. Und dann fahren wir nach Tuscheti, in diese Bergdörfer, die nur im Sommer bewohnt sind, wo die Bevölkerung völlig abgeschlossen mit ihren Viehherden lebt. Und wir sind Teil der gesamten Community in Tuscheti. Das würde mich sehr freuen, wenn ich das interessieren würde. Und dann gibt es immer im September unsere Georgien-Rundreise. Da haben wir auch dieses Jahr noch Plätze frei. Das heißt, wenn du sagst, Mensch, ich hätte richtig Bock, mit nach Georgien zu fahren, informiere dich an der Infocard, die hier oben eingeblendet ist, oder in der Videobeschreibung. Oder du gehst einfach auf frffotoschule.de, klickst da auf Fotoreisen und wählst Georgien aus. Und da findest du alle Details. Und wenn du Fragen hast, schick mir einfach eine Mail an frank.bestefotoschule.de. Ich freue mich jedenfalls auf dich und auf Georgien, denn ich brenne für dieses Reiseland und ich möchte es dir da draußen näher bringen. Andreas Wörmle, von dem hatten wir ja vor kurzem ein analoges Konzertfoto von Sting. Heute haben wir eins von David Bowie und zwar ist das 1983 fotografiert. Ja, hast du damit schon gesagt. Ist natürlich analog eine ganz andere Hausnummer, als wenn man heute so ein Bild macht. Also heute stellt sich jeder einfach mit seiner Kamera dahin und hat nur ein Objektiv, was Blende 4.0 hat. Dafür dreht er einfach auf ISO 25.000 und sagt, Mensch, die Qualität ist besser als das, was der Andreas hier fotografiert hat. Aber nochmal, das, was damals möglich war, ist halt technisch einfach auf einem ganz anderen Niveau. Besonders für Menschen, die, ich sag mal, mehr oder weniger im Amateurbereich unterwegs waren. Aber auch die Profis hatten natürlich ganz andere Bedingungen, als heute jeder Consumer mit seiner digitalen Kamera. Insofern, ausdrückstarkes Foto, schöne Tonung, finde ich. Also mir gefallen die Töne hier. Ich mag auch dieses leichte Magenta-Farble, was so reingeschallert und auch, dass der Hemdkragen so eine leichte Überstrahlung neigt, genau wie die Schneidezähne. Ist halt ein intensives Konzertfoto mit viel Emotion und gut fotografiert. Christian Stahlfeld, der hat irgendwo bei einer Flugshow fotografiert und man muss sich ja schon wundern, dass die so aneinander vorbeifliegen können. Also alleine, dass es nicht zu Verwirbelungen führt, und dass das Ding danach völlig außer Kontrolle ist, ist ja irgendwie für mich, als jemanden, der mal bei der Deutschen Lufthansa eine technische Ausbildung gemacht hat, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals erzählt habe, aber ist ja für mich völlig verwirrend. Also ich bin ja total erstaunt, dass das so möglich ist. Und das sieht wirklich stark aus. Also ich mag bei deinem Foto, Christian, diesen Negative Space, diesen vielen Raum um das Bild drumherum, der an guten Stellen ist. Also man könnte auch sagen, das Motiv ist an einer guten Stelle, aber gleichzeitig ist auch der freie Raum an guten Stellen, dass das so schön weiß. Das ist ja natürlich eigentlich, die meisten sagen, total überstrahlt. Warum ist da keine Zeichen im Himmel und so weiter? Wird ja total ablenken vom Motiv. Und obwohl du hier fotografiert hast mit einer sehr kurzen Verschlusszeit, nämlich mit einer 1600stel, sehen wir, dass der eine Flieger zumindest unscharf ist. Das hängt auch damit zusammen, dass du mit dem unteren Flieger mitgezogen hast. So, und das ist natürlich sozusagen die Königsdisziplin. Den einen Flieger mitziehen und mit dem anderen leben, dass der dadurch noch ein bisschen unschärfer wird. Meinen Respekt hast du auf alle Fälle. Gutes Flugschuhfoto. Hendrik Penchuk, der hat ein Modell fotografiert, irgendwo an der Küste im Wasser stehend. Und das ist ja ganz offensichtlich auch mit dem Licht nachgeholfen worden. Denn ich habe das Gefühl, auf diesem glitzernden, ich weiß nicht, ob das Paillettenkleid ist, aber auf alle Fälle aus diesem glitzernden Kleid, dass ich natürlich durchaus den Blitz sehe. Aber vor allem sehe ich den Blitz in den Händen, also an den Handflächen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wo spinnt der Frank jetzt? Ich meine, da sehe ich die Schatten, die die Finger werfen, auf die Hand dahinter. Also da sieht man ganz deutlich, dass die Hauptlichtquelle aus der Richtung kommt, aus der auch die Kamera guckt. Und auch der Ohrring, wirft einen Schatten aufs Gesicht und so. Also ist da ganz und sollte die Leute nicht geblitzt. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. So. Und ich finde tatsächlich auch, an der Küste fotografieren ganz okay. Aber warum die jetzt ausgerechnet mit einer Art Abendkleid dort in der Brandung steht, da werden jetzt manche sagen, geile Bildidee. Und ich meine, wenn wir auf Lanzarote sind, fotografieren wir durchaus an Strandabschnitten. Aber sicher nicht mit einem Kleid, was nicht dazu passt. Mit einem Sommerkleidchen oder so, würde ich mal sagen, ja, sieht natürlich aus. Aber so sieht es halt einfach ja, total gestellt aus. Und das soll es vielleicht auch sein, aber dadurch wirkt das Ganze doch recht unnatürlich, zumindest für mich hier. Ansonsten ist es technisch ganz gut gemacht. Ja, es ist auch schön, dass du ein bisschen tiefer gegangen bist und jetzt nicht gerade der Horizont genau durch den Hals geht, sondern so ein bisschen durch die Schulterpartie. Die Haare bewegen sich so ein bisschen und so. Das ist alles fein. Aber ich habe natürlich schon deutlich bessere Modelfotos gesehen. Von Jürgen Blösel haben wir eine Aufnahme vom Markusplatz und machen wir uns nichts vor. Ja, das ist geil. Das ist eine geile Location. Ich meine, wir fahren zweimal im Jahr nach Venedig, einmal Venedig im Nebel, November, Dezember und einmal zum Venedig im Karneval und November, Dezember haben wir eigentlich immer Aqualter. Das hier ist ja eher so eine Pfütze, sage ich mal so. Eigentlich immer Aqualter und das ist einfach geil. Diese Spiegelung des Dojenpalastes, diese Spiegelung des Campagniele, das ist einfach cool, wenn das sich schimmt und spiegelt und dann auch noch zu einem guten Zeitpunkt da gewesen zu sein, hilft auch. Das hier sieht mir ganz eindeutig nach so einem Aufgang aus und das ist einfach gut. Das macht einfach Spaß und ich kann total verstehen, dass man dieses Foto machen möchte und das ist auch in diesem Fall ganz gut gemacht, kombiniert mit einer leichten Langzeitbelichtung, sodass die Wolken ein bisschen durchgezogen sind. Gleichzeitig war aber wenig Wind, sodass das Wasser, also diese Pfütze hier unten, völlig, das ist übrigens eine Pfütze, die aus Aqualter wahrscheinlich resultiert hat, aber die ist völlig, die Spiegelung völlig klar und ohne Verwischer und das gefällt mir daran, belichtet es auch gut. Man sieht auch, dass das Aqualter zurückgeht, das war die Fläche schon viel größer, da wäre das Bild noch besser gewesen, meiner Meinung nach, aber es ist ein gutes Markusplatzfoto und wer Bock hat, mit mir da hinzufahren und Fotos und Erlebnisse zu teilen, der schaut auf frffotoschule.de vorbei. Karl-Heinz Heber, er ist im alten Elbtunnel in Hamburg unterwegs gewesen und hat uns dann dieses Foto hier eingesandt und ja, beliebtes Motiv, muss man sagen, also der alte Elbtunnel ist immer wieder gern genommen für Fotos und ist eine gute Location, kann man sehr schön fotografieren und macht jede Menge Spaß auch und das ist auch der Grund, ich meine, wir machen sehr viele Fotoworkshops in Hamburg, tatsächlich keine im alten Elbtunnel, aber das ist einfach eine gute Location. Und das ist auch sehr schön symmetrisch fotografiert, du hast gut in der Mitte gestanden, das ist ganz gut ausgerichtet, das was nicht hundertprozentig ausgerichtet ist, bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob wenn ich oben an die Kassettendecke gucke, ob das da wirklich alles hundertprozentig gerade ist, ich meine, der Elbtunnel ist verdammt alt, ja, dass da gebaut wurde, aber das ist gut ausgerichtet, du hast schön gewartet, dass im Vordergrund keine Menschen sind oder hast das aus mehreren Bildern zusammengesetzt und dafür gesorgt, dass da keine sind, ganz hinten sehen wir ein paar, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, ja, also im Gegenteil, so ein, zwei hier vorne, vielleicht so zwei leicht verwischte Radfahrer wären jetzt auch was Schönes, um die ganze Szenerie ein bisschen zu beleben, es ist gut belichtet, was nicht so ganz einfach ist, weil es doch sehr helle Lichtquellen sind und ansonsten doch recht dunkel, ja, gutes alter Elbtunnel-Foto. Michael Münch, Michael Münch, der hat eine Landschaftsaufnahme gesendet und obwohl ich hier, machen wir es jetzt vor, im Titel das natürlich auch lese, sehe ich auch so, dass es ein HDR ist. Also ich meine, HDRiger als das hat es hier sicherlich mindestens 20 Folgen kein Bild gegeben. Es schreit nach HDR und es ist hier so unnötig. Es wäre so schön, wenn es keins wäre, weil diese, diese völlige Überdramatisierung dieser Clownskotze-Farben, die ist wirklich schlimm, ja, weil, ja, ich habe wirklich auf dieser Welt immer mal wieder Sachen gesehen, da war es bunt, ja, da war der Himmel bunt und es gab Situationen, da war ein fast so bunt wie hier in Namibia 2014. Unfassbar viel Farbe im Himmel, aber das hier ist eindeutig, eben nicht Namibia und das ist eindeutig irgendwo hier, wahrscheinlich in Mitteleuropa, ich tippe sogar in Deutschland und all das sorgt dafür, dass es diese Farbspektren einfach im normalen Fall nicht gibt, ja, mal diese Mischung aus sehr, sehr blauem Himmel, dann extrem im Orange und dann diesen, diesen Rot-Magenta-Tön, die kommt halt in derselben Richtung, normalerweise zum selben Zeitpunkt nicht vor und, äh, das sieht halt einfach nicht schön aus, man muss leider so sagen, das Bild an sich hat einen tollen Aufbau, der Baum ist gut, dass die Sonne da durchblins gefällt mir, ja, diese leichten Nebelschwaden im Vordergrund, aber ich würde das gerne sehen, wie das, wenn man das jetzt ein bisschen mit Liebe bearbeitet hätte, man hätte mal die mittlere Belichtung genommen oder vielleicht, wenn du sieben Aufnahmen gemacht hast, eine unterhalb der Mitte und hätte dann so ein bisschen nur die Tiefen und sowas angefasst, dann würde es, glaube ich, viel besser aussehen. Michael Pöppel hat ein Vogelfoto eingesandt und zwar von einem Star und das ist wirklich ein gutes Vogelfoto, weil der Star ja ganz offensichtlich gerade so seine, der sitzt, ja, das ist die gute Nachricht, dass man ein Tausendstel fotografiert, der sitzt, das heißt, die Bewegungsunschärfe und Autofokusfliegen ist eben nicht der Fall, weil er sitzt, so, und gleichzeitig hat aber die Flügel gespreizt, was dafür sorgt, dass wir diese schöne Gegend nicht da durch die Flügelstruktur fallen haben und dann mit einem guten Vordergrund, dieser, das ist wahrscheinlich ein Obstbaum, hier im Vordergrund ein bisschen Unschärfe, dann der Star, dann im Hintergrund ein bisschen Unschärfe, das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, der Star ist ein bisschen zu sehr in der Mitte, ja, aber, und das Blöket ist ein bisschen unruhig aufgrund des 100-400 Olympus, was du hier benutzt hast, aber ansonsten ist das ein wirklich gutes Vogelfoto und gefällt mir von der Belichtung, von den Farben und von, von dem, wie der Star aussieht, wirklich richtig gut. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Bildbesprechung Samstag dir gefallen haben sollte, wenn du einen Daumen nach oben gibst, abonniere den Kanal, wenn nicht längst geschehen, aktiviere die Glocke und sage es auch anderen, dass es hier die Bildbesprechung gibt, immer Samstags 14.30 Uhr, das ist einfach wunderbar. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit, einen richtig schönen Sonntag und einen guten Start dann auch in die neue Woche. Geh raus fotografieren und dann immer schöner denken, wir zwei, wir sehen uns wieder.